Hallo und herzlich willkommen zu dem neuen Let's Play World of Warships! Ultrakiller Sir Amenadiel und ich unterwegs in 7 an King George, Hood und ich hier in meiner Thousand Dragon. So, vorbeikommen tut was von hier ungefähr, falls es einen interessiert. Ach, dann weiß man ja schon, wo er ungefähr reingefahren ist. Was macht denn da die Nikolas? Wo setzt der Torps? Die gehen doch sowieso nur 5 Kilometer oder 5,2. Vielleicht will er die Insel annektieren. Ach, da ist doch was. Oh, schon wieder von mir. Oh, schon wieder von mir. Die Gneisenau hat gelöscht. 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 oder 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 wer die genauer er hat er gewandt brennt schon zweimal und da kommt torps oder kriegt die hören auf jetzt brennt dafür dreimal nach die drüben klinik auf die kette so macht man kinder gesammt gestaubt runtergebrannt aber uns sind ja schon zwei dds weg da ist eine team da vorne im nebel oder was ja ich fahr mal hin drüben die machen ja auch nicht was oder kommt noch am nachladen 1140 von tag auf jeden fall brennt hat gelöscht 7000 dafür könnten noch tops kommen ja da sind sie ja aber ich werde gott sei dank nur ein fressen hast du ballett gemacht oder was so dadurch geflutscht king george brennt zweimal hat gelöscht brennt sehr gut also wenn man frontal mit der bleiben was bleiben die dann mumpeln bleiben dann beieinander da holt sich was aber ich frag mich ja was unsere kaste ja toll zum ersten mal geschafft naja abstauben geht an meine die feste runter ja ja ich fahr wieder runter ja dann komme ich mit kommen wir da klar weil dann würde ich richtung erfahren ja ja fahr du richtung a und an dd kann ich hoffe dass die akasta da ein bisschen mitspielt so mein plan dürfte jetzt ja offensichtlich sein doppelschlag über das denn die bild ist die haut da alles raus war vor nur drüber reden über die belles ob die danach kommt das sind dd killer acht brände habe ich ich habe keinen vier dafür habe ich einen secondary treffer einen jetzt gleich kommt die new york in reichweite dann versuchen wir die auch mal zu zündeln alle kräfte diesen bereich erobern brennt doch schon also und also ich bin offen ich auch ich frage mich wo die zweite war spite ist von der holz durch die mitte ist eine idee noch mal um überlegt ja lass uns die wort bei zusammen klopfen ja ja ich mache den rest hast du noch nach kasten haben wir ja auch nicht anders erwartet ja ja 88.000 habe ich schon 88 94 42 jetzt mal wieder ein bisschen beidrehen bevor die new york ernst macht jetzt so wie jetzt so geht das ich weiß ja nicht was ihr da so unten so macht also ich kenne hier ich gehe mir jetzt die wars bei ich hatte vorhin mal außerhalb der reichweite schon auf die geschossen weil die auf mich zufuhr und ich habe die getroffen habe ich richtig schaden gemacht und jetzt gerade nicht das alles daneben gegangen schade wieder unsichtbar hallo wars bald ich weiß ja nicht warum denn ich auch ich bin ja viel näher dran aber wenn er nicht will und warst bei brand wieder jetzt tausend oh dritter kill und das war's gegnerische schlachtschiff wir sollten uns immer trennen wir sollten uns immer trennen aber das team hat sich schön aufgeteilt fand ich gut weil da hat das team ein bisschen mit gedacht und du hast es aufgenommen und ich habe es aufgenommen ja genau entschuldigung ja also tolles spiel schön dass er da war dass er das auch mal sehen kommt und wir sehen uns beim nächsten mal bis dann tschüss bis wieder